Hallo und herzlich willkommen beim Experten für Variable Vergütungssysteme, Herrn Dr. Heinz-Peter Kieser. Wir befinden uns hier auf dem Blog von Dr. Kieser und wir möchten Ihnen gerne in diesem kurzen Video seinen Blogartikel vorstellen, der den Titel trägt Leistungsorientierte Vergütung oder Fixvergütung. In diesem Blogartikel beschäftigt sich Herr Dr. Kieser mit folgenden Fragen. Welche Bedeutung haben leistungsorientierte Vergütungen für Unternehmen? Wie wird die leistungsorientierte Vergütung oft fehlinterpretiert? Wie können Führungskräfte motivieren? Wie wirkt die leistungsorientierte Vergütung, wenn sie in ein durchdachtes Konzept eingebaut wird? Und welche zukünftigen Entwicklungen kann man von der leistungsorientierten Vergütung erwarten? Wenn Sie dieser Blogartikel interessiert, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den Blog von Herrn Dr. Kieser besuchen. Dazu brauchen Sie lediglich den Link unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung anklicken und Sie gelangen direkt zum Blogartikel. Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.